Okay. Was wollte ich gerade machen? Jetzt bin ich voll raus. Na ja. Wir können mal wieder nach den Limitzen weg gucken. Wie sie eigentlich so aussieht, was wir da machen. Ähm, hm 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 hm. Dann können wir auch mal auf 10 hoch gehen. Dann können wir vielleicht mal auf 15 hoch gehen oder so. Aber wir bleiben bei 10. Hm 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 hm. Okay. Ja, Ake haben wir hoch gemacht. Das ist gut. Ist das da eigentlich Schilde? Es gibt Schilde? Seit wann gibt es denn Schilde? Zwei Schlitten sind uns kaputt gegangen. Gut, äh, da bauen wir auf jeden Fall gleich neue, würde ich sagen. So, da sind sie noch am Türmchen bauen. Kann es sein, dass es hier nicht zu ist? Scheiße. Vielleicht geht es so zu? Sonst muss ich das Tor da wegnehmen. Ich kaufe da Stroh, würde ich sagen. Und Steine dafür weggeben. Ich produziere doch schon andere Werkzeuge. Ach, weil ich keine Knochen habe. Warte mal. Ah! Wie viele Feuersteine habe ich noch? Oh, halt, ich hab doch ne Miene, oder? Ja. Deshalb geht mir der auch nimmer aus. Hihi. Also Stroh reicht auch. Ist alles gut? Passt schon. Weil wir gerade natürlich auch nicht viel Schweinchen haben, wenn die jetzt ein bisschen mehr werden. Die haben ja noch keine Babys gemacht, die Schweinchen. Nee, Schaf brauchen wir nicht. Armuts. Oh, aber mit. Wir holen uns die Mammuts. Bevor sie ausgestorben sind, die geben bestimmt viel Klochen auch, hoffe ich. Warte mal, da muss doch irgendwo noch ein sein. Und dann dener noch und dann können wir auch nimmer aus trinken und wieder heim. Okay. Nach einem Bär, da müssen wir uns eigentlich auch mal holen, ne? Müssen wir gucken, dass sie einen sehen, schön. Jetzt können wir bald in die nächste Zeit. Ich würde jetzt noch kurz ein bisschen warten. Einfach nur, um auch noch ein paar Wissenspunkte anzusammeln, dass wir noch was anderes auch dann holen können. Ja, produziert mal Sicheln, Leute. Den Bär würde ich auch noch gern wegholen, ne? Bevor der uns nämlich mal überrascht, das wäre nämlich echt bekackt. Was läuft denn da hinten alles rum? Ach, Höhlen hierhin. Uuuh. Schweinchen, kein Nachwuchs, nö. Na dann halt. Ich glaube, ich baue mal noch einen Gerber. So, die Totenpfahle werden jetzt dann nicht mehr reichen. Das heißt, wir bauen uns noch mal, wobei es geht. Das schafft aber halt niemand. Ich habe es jetzt schon auf Priorität hochgesetzt, ne? Aber das schafft halt niemand. Guck mal, auf wie viel wir kommen, wenn ich ein bisschen Zeug verkaufe. Wolle können wir definitiv ein wenig. So sieht es doch schon gut aus. So, ähm, ganz kurz. Ah, die Mauer kommt erst später. Das hätte ich jetzt schon mal Stein vorsichthalber gesammelt, aber das kommt erst später. Na, zumindest haben sie den schon mal auf den Rollen und könntest du den jetzt bald holen. Alles so blöde Nutzbäume hier, ne? Da ist noch offen. Da hinten war alles zu, oder? Ach, hier im Tor wollte ich noch gucken. Das geht nicht. Ich kriege das nicht so hin, dass das hier funktioniert, ne? Dann müssen wir es anders machen. So bringt es nichts. Ja, das geht wegen dem Felden direkt. Machen wir es so. Und dann reißt ihr bitte auch dieses Tor ab. Vielleicht wäre es auch dicht gewesen, ich weiß es nicht. Ich möchte es aber nicht ausprobieren. Wer hat mir zugescannt? Okay. Okay. Und dann können wir auf Null. Gut, voll. Auf jeden Fall Stroh jetzt. Finde ich gut. Ich glaube, meine Getreidespeicher sind voll. Kann das sein? Ja. Den Endwerkzeugen klappt noch nicht so gut. Brauchen wir Stroh? Ne, Stroh brauchen wir eigentlich nix. Knochen glaube ich eigentlich auch nicht. Sicheln? Äh, der Sicheln. Knochen? Ja, wenn dann die Knochen, wären jetzt schlecht. Das sind schon mal einige Gegner, ne? Also muss ich schon was sagen. Aber so läuft es auf jeden Fall recht gut. Finde ich sehr nice. Können wir jetzt eigentlich weitergehen, oder? 28. 28. Okay, was kam jetzt noch? Wir haben noch eine Werkstatt jetzt, die wir machen können. Guck gerade, ob wir sonst irgendwo was Neues noch haben, bevor ich zu dem hier was, was ich weiß, das Neues noch habe. Ne, also wirklich nur das hier. Ah, also eine Kupfermine. Die Holzkohlengrube bauen wir dann auch. Ich müsste jetzt doch mal die Bäume hier wegmachen. Ich habe sonst hier im Lager einfach keinen Platz. Geht nicht anders. Ich habe jetzt eine Kupfer. Was ist die Wöhlen hier jetzt hin? Hab ich sie geschnallt? Hm. Keine Ahnung. Kommisch. Genau. Mammut ist mir jetzt ausgestorben. Schneesturm. Das ist ein Mist, da muss ich echt gucken, dass die da draus gehen. Oh, ich mach erstmal keine. Geht ne blöde Schneesturm noch. So, wir machen hier jetzt mal alles schön entspannt. Okay, Schneesturm ist rum. So rum komm ich rein, ja. So, und was ist jetzt Kupfer? Blau. Scheiße. Ich glaub was näher sind wir jetzt noch. Da haben wir noch eins, ist das näher? Ne, das ist grau, nicht blau. Scheiße. Okay. Da und da. Mehr haben wir hier nicht? Da und da. Okay. Doe, da. Wenn du das? Da ja. So, warte mal, die haben alle, die haben alle zwei. Als, ähm, Stärke zwei, 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 zwei. Hier, also Axt und Hacke müsste ich quasi umstellen. Den Rest kann ich lassen. Das heißt, Axt und Hacke. Das heißt, Axt und Hacke. Das heißt, Axt und Hacke. Bäumchen fällen, Bäumchen fällen. Und der Frühling kommt. Die Schweine sind voll riesig, ne? Habe ich noch mehr Schneide irgendwo? Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Das ist ein einzelnes Schweinchen. Da ist nichts mehr. Nein, 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 nein. Ah, das ist gerade zu viel. Die haben so eine Belastung gerade. So, kann nichts machen. Schlimm, nicht mehr nutzbar. Mach mal auf jeden Fall da ein. 30 Tiere erreicht. Ich hoffe, ich habe das Limit für die Schweinchen. Grundsätzlich mal machen. Das wäre natürlich auch geil, ne? Aber der hat eine hohe Kommission. Das ist halt ein Kacke. Diese Kupfererz vielleicht schon mal? Die Moral geht mir gerade ein bisschen arg runter. Machen wir halt noch zwei hin. Guck, Familie ist fertig. Yeah! Ja! Na, da ist der Letzte, der hoffentlich bald ankommt. Natürlich sehr anstrengend und langwierig, das Zeug herzuschaffen. Das Holzfällen klappt recht gut. Das klappt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Die mache ich außerhalb. Das ist der Letzte. Die machen. Ich weiß es, ach, wie ich Enter? Ich weiß es für mich alleine hat. Ich weiß es. Das ist das. Je weiß es. Ich 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 weiß es. So, lass dir auf jeden Fall den Stein holen, da können wir auch aufsammeln, können mal ein bisschen jagen gehen, es gibt ja auch mal Wissenspunkte, wenn man dann den nächsten Dinger reicht. Ihr solltet... So. So. Ich weiß nicht, was ich fick. Naja. Ach, hier haben wir ja auch noch einen. Eine Krankheit. Bei den angebauten Sachen, alles klar. Oh. Oh. Oh ja. So. Da kommt ein Megalith. Nur da mal Zeit. Ich muss schon wieder unsere Bevölkerung erhöhen, ne? Oh Gott, Dolmen ist auch fertig. Ah, was siehst du da? Ah. Angel gibt drei. Mit den Schlitten, da müssen wir aber ein Limit setzen. Tschüss. Urmx. Wie viel. Ich weiß, was ich hier gab? Bis zum nächsten Mal.